Na 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 Hey Rico! Hast du gewusst, dass auf der Absortenwanderung von Seiders aufs Alkenschweig hast degustiert von über 40 Kalorien? Ah, sag nicht! Und hast du gewusst, dass der Nachtlag am besten, dass du weiter oben an einem warmen Gille gehst, Kabato? Schade, gehst du nicht direkt. Ich muss mal hier echt unterteuchen. Weil ich solltest jetzt langsam dein Wärmenspruch sagen. Für das hat sich die Treife ja mittlerweile fest angestellt. So, Haters! Ja gib mi jetzt! Und Action! Eeeh... Schiowis... Heiieieieie... Was der Rico wollte sagen? Wer isch member plus bei Raifiese? Da könnt isch bis zu 30% günstiger erlichte gonna. Schnitt! Könnt isch 30... He 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 he... Könnt isch in 30 gradig am Viga-Bado... Abo! Schnitt! Könnt isch? Öhhhh, nee! Was jest! Man sagt nicht was, man sagt wie bitte! Könntest du dich bis zu 30% günstiger Ausflug in der ganzen Schweiz machen? Wird ihr mehr unterwegs gewesen, ihr zwei Schnapsnase, dann wisst ihr euch, dass die wahren Quellen im Lakerbad sind. Und übrigens gibt es jedes Jahr eine Spezialaktion, die eine ganze Region der Schweiz zum halben Preis erleben kann. Genau, das wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal.